Alles stand bereit, die Gastgeber, die Getränke. Und die Vorfreude war groß. Stefan Meross sollte zu Gast in der Landesschau Baden-Württemberg im SWR sein. Über immer wieder sonntags plaudern, seine neuesten Projekte vorstellen. Doch Stefan ließ sich nicht blicken. Stundenlang warteten die Moderatoren auf den Schlagerstar, versuchten verzweifelt, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Doch Stefan blieb verschollen, der Auftritt ist geplatzt. Stefan Meross? Trennung von Management Stefans Erklärung für sein Fernbleiben ist lapidar und kaum zu glauben. Ein terminliches Missverständnis. Er habe ein anderes Datum vermerkt. Doch ob das stimmt, vielleicht ist seine Unzuverlässigkeit auch der Grund, warum die ARD seit Beginn der neuen Saison schon zwei seiner immer wieder Sonntagssendungen innerhalb von drei Wochen gestrichen hat? Die Enttäuschung bei den Fans war jedenfalls groß. Hat Stefan sein Leben nicht mehr im Griff? Erst das Eheaus mit Anna-Karina Woitschak, die Prügelverurteilung. Die Sorgen um seinen Alkoholgenuss. Und jetzt kommt auch noch ans Licht, dass Stefan kein Management mehr hat, er seine Termine anscheinend selbst koordiniert. Mit verheerenden Folgen. Es scheint für den Star momentan nicht wirklich gut zu laufen. Bleibt zu hoffen, dass sich das bald wieder ändert.